Musik Ich begrüße euch alle da draußen an euren Empfangsgeräten. Hier rechts sehen wir immer noch Turm, falls ihr unseren Namen zwischenzeitlich vergessen habt. Es ist immer noch sehr warm, aber wir sind... Phoenix Wright heiße ich doch. Ja, ja, stimmt, Entschuldigung. Auch in diesem halben Getup. Das ist das Original. Es ist immer noch sehr warm, weil wir suchen uns ja immer die Tage im Jahr raus, die so richtig knackewarm sind, damit wir on fire sind, ja? Damit wir richtig dabei sind. Und wir gehen jetzt hier, vom Gefühl her sind wir in der letzten Aufnahmesession. Das werden sicherlich noch ein paar Folgen werden. Aber ich kann zumindest von mir sprechen. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, weil das ist ein gutes Setup, was sie gebaut haben. Und auch wenn, ich glaube, das Finale im Endresultat nicht so überraschend sein wird. Obwohl schon was wäre, wenn Maya einfach tot ist. Aber, äh, ich... Maya ist tot mit und gar das freigesprochen. Scheiße. Ich, äh, puch. Aber ich bin sehr auf den Weg gespannt, weil ich glaube, da gibt's doch das ein oder andere Setup, weil das Ding ist jetzt gerade, dass Gamschu, wie auch immer er es geschafft hat, sich reingemogelt hat in die Taskforce, die jetzt die Killer verfolgt und entsprechend auch Maya sucht. Und wir müssen auf Zeit spielen, damit im besten Fall Gamschu Maya befreien kann. Ich sag jetzt mal, er macht's ganz alleine. Und wir bis dahin, Matt on Guard, nicht frei sprechen, aber auch nicht verurteilen. Weil wir müssen irgendwie diese Zeit hin überbrücken, um ihn dann am Ende so richtig schön mit Anlauf eins reinzudrücken. Das ist erstmal das Ding. So, aber, äh, das ist interessant. Ich hab'n bisschen Angst vor Details. Vor allem. Die abgefragt werden könnten. Vor allem hab' ich Angst. Das Gericht verhandelt den freien Männerkampf. Wie ist das denn, Herr Lina, der denn jetzt? Das ist wegen Spannungsbogen. Ich übernehme die alle, solche Sachen. Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Die Anklage ist schon lange, ist viel bereiter, euer Ehren. Wie ich mich erinnere, äh, endete die gestrige Verhandlung mit einem großen Rätsel, nicht wahr? Das Rätsel, welche Rolle Frau Andrews genau in diesem Ort spielte. Das bedeutet also, steht sie mit dem Wort, äh, Mord selbst wirklich in Verbindung? Herr 12, würden Sie bitte das Gericht über den heutigen Ablauf informieren und wann wir Mittag machen? Adrian Andrews. Sie fälschte Beweise, die Herrn und Gott verdächtig erschienen ließen. Und floh dann in einem Nickel-Samurai-Kostüm vom Tatort. Der Schuld dieser Taten muss sie sich stellen. Hm, dann meinen Sie also, dass sie doch schuldig ist? Ich bin noch nicht fertig, euer Ehren. Frau Andrews hat nichts mit der eigentlichen Mordtat zu tun. Hm? Ich würde gerne die Aufmerksamkeit des Gerichts auf diese Karte lenken. Was ist das? Sieht aus wie eine Muschel. Das ist die Visitenkarte eines bestimmten Mörders. Mörder, sagen Sie! Jetzt, ob der noch nie ein Mörder hielt. Ja, da Juan Corrida... Ja, achso, Entschuldigung. Ja, Juan Corrida wurde von einem Profi-Mörder. Es wird ein Profi-Mörder umgebracht. Und die Person, die den Killer anhäuerte. Sein Auftraggeber also ist Matt Engardt. Das wissen wir schon alles. Also, was für eine überraschende Wendung! Ich finde aber schön, dass Edgeworth das einfach so auf dem Tisch liegt. Ja, das, äh, ja. Ich würde sagen, das ist inzwischen ganz normal, euer Ehren. Echt mal, es stand noch kein Tier im Zeugenstand. Im Disappoint. Ich weiß, was hier diesmal vorgeht. Ich verwische Polly. Polly. Und ich weiß, dass alles, was Edgeworth gesagt hat, wahr ist. Rakete. Aber wir müssen trotzdem so lange wie möglich durchhalten. Zumindest, bis sich Maja in Sicherheit befindet. Keith! Ich frage mich nur, wie wird der Prozess heute sein? Sehnudel! So einfach, mitten im Prozess, das so einfach ihm wieder einfällt. Finde ich, finde ich gut. Was eigentlich? Äh, ja, was soll das sein? So. Also gut! Bitte rufen Sie Ihren ersten Zeugen auf Edgeworth! Die Anklage ruft Herrn Will Powers, den Mentor des Angeklagten in den Stand. Ich habe gerade so eine leicht angeknackte Stimme. Da bin ich sehr gespannt, wie lange ich heute... Halt doch, nur noch so was wird! Also gut, Zeuge! Ihr Name und Beruf, heute alles. Ihr Name und Beruf, bitte! Ja, äh, okay. Ich heiße, ähm... Ach ja, Will Powers. Ich bin ein armer, unterbezahlter Actionstar. Unterbezahlter. Und in welcher Beziehung stehen Sie zu dem Angeklagten? Nun, das ist... Also ich denke, ich bin so eine Art lausiger Mentor für ihn. Ja, oh Gott. Ähm, Herr Powers, bitte! Ähm, Sie sollten sich selbst nicht so schlecht machen, nicht wahr? Selbstwertprobleme. Oh, äh, ja, tut mir leid. Like, wer es kennt. Diese Folge wird die meisten Likes haben. Hier lernt man... Achso, achso, es ging um die Likes. Liked, wenn ihr liked. Kippenburgs Business. Nun, ich, äh, bin eben irgendwie ein Niemand. Am Abend des Mordes ging Sie zum Zimmer des Angeklagten. Ist das richtig? Äh, ja, 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 ja. Ha, das habe ich nicht gewusst. Oh, boy. Ähm, aber wissen Sie, ich habe Matt eigentlich nicht gesehen, als ich... ...warten wollen Sie einfach nur das, was Sie gefragt werden. Er trifft direkt. Also gut, bitte sagen Sie uns, was geschah, als Sie zu Herrn Ongards Zimmer gingen. Äh, okay, sicher. Let's go. Matt's Zimmer. Oh, boy. Nach der Preisverleihung ging ich alleine zu Matt's Zimmer. Matt stand vor seinem Zimmer. Noch immer in seinem Nickel-Samurai-Kostüm. Er redete mit jemandem. Das ist der Killer. Er redete mit jemandem. Zuerst dachte ich, es sei der Page. Das ist der Heimschluss. Entschuldigung. Ich beobachtete die beiden eine Weile, doch... ...dann ging ich auf... Ach, gab ich auf und ging zurück. Und was gab er auf? Das Beobachten. Das Beobachten. Okay. Ich hatte an jedem Abend Gäste dabei und konnte diese nicht auf mich warten lassen. Ja. Hm. An der Aussage von Herrn Power ist nichts Ungewöhnliches. Mit den Pagen zu reden ist nichts Besonderes. Ja. Ja. Wenn man davon ausgeht, dass Herr Gart nur mit einem ganz gewöhnlichen... ...Pagen sprach. Was wollen Sie denn damit sagen? Warum haben Sie Page so komisch ausgesprochen? Ist es kein Page? Erzählen Sie nicht. Ich bin verwirrt. Stopp. Ich dachte, man sagt Page. 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 Nun, Wright. Willst du nicht mit deinem Kreuzverhör beginnen? Es sieht so aus, als wären wir das. Als wären wir wieder in einer brenzligen Situation. Ich glaube, er redet mit uns. Hm. Eine Falle. Kannst du sie denn nicht riechen, Phoenix? Wenn wir aber mehr rausfinden wollen, müssen wir uns Kopf voraus hineinstürzen. Richtig? Äh. Ja. Wenn man rausfinden will, wie tief ein Loch ist, stürzt man sich... ...Batsch. So. Nach der Preisverlänge ich allein, äh... Joach. Übersehsam. Wir greifen das mal an. Ihr könnt ja auch... Zum Zimmer des Angeklagten. Warum gingen Sie dorthin? Nun, ich bin sein Mentor. Du hast wie ein großer Bruder und ich wollte gratulieren. Stimmt was nicht? Warum geben Sie nicht weiter? Herr Wright. Was ist? Sie... Sie versuchen doch, mich auszutricksen, nicht? Hä? Ich... Ich weiß, ich bin nur ein armer, unterbezahlter Action-Star. Aber... Aber ich... Ich bin nicht der Mörder. Niemand hat das behauptet, Herr Powers. Nein, bitte. Also keine Tricks. Jedes Mal, wenn Ihre Antwortstricks machen, wird der Zeuge plötzlich zum Bösewicht. Jedes Mal? Zeuge. Ich werde mit der Verteidigung später persönlich reden. Aber ich bitte Sie jetzt freundlicherweise, um Ihre Aussage vorzufahren. Entschuldigung. Also, Sie ging zum Zimmer des Angeklagten und dann... Hey, Moment. Warum bin ich jetzt so weit mal der Bösewicht? Mann, 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 ey. Unsensibel bis zum Kittiger. Voll paranoid, der Zeuge. Ich sehe jetzt auch ein Muster, schon jetzt. Sind Sie sich sicher, dass es Matt on Guard war? Ja, ich bin mir sicher. Er trug nämlich nicht seine Nickel-Samurai-Maske. Wenn das der Fall war, kann er sich nicht irren. Okay. Und was machte der Angeklagte? Stand er vor seinem eigenen Zimmer? Er redete mit jemandem zuerst seit der Page. So. Weil er da sagt zuerst. Wieso zuerst? Zuerst? Was meinen Sie damit? Ja, was meinen Sie damit? Apfel. Da ist der Tomatenapfel, links der Saft. Er hatte eine Pagen-ähnliche Uniform, wo trägt auf einem Tablett eine Flasche Saft. Hört sich nach einem ganz gewöhnlichen Pagen an. Äh, ja, ja. Aber ich glaube nicht, dass er ein ganz gewöhnlicher Page war. Und warum nicht? Äh, warum habe ich das wohl gedacht, Herr Wright? Woher soll ich das wissen? Tut mir leid, aber ich kann mich gerade nicht erinnern. Äh, Entschuldigung. Ich glaube, da muss ich einfach geduldig sein. Okay. Hm. Da war er auch ging zurück. So, er ging zurück. Beobachtete. Sie sahen die beiden, den Pagen und den Angeklagten, zusammen, richtig? Ja. Der Page wollte eigentlich nur gratulieren. Und als Sie die beiden beobachteten, sahen Sie da etwas Seltsames? Äh, wissen Sie, ich, ähm, hatte so ein komisches Gefühl. Ich denke, weil Matt, äh, naja, er gab dem Page Trinkgeld. Aber viel wahrscheinlich, ne? Trinkgeld? Das ist doch was ganz Normales. Also, wie lange beobachteten Sie die beiden? Ach, äh, nicht länger als ein, zwei Minuten, denke ich. Er gab, äh, ich hatte an jedem Abend Gäste und konnte mich nicht auf ihn warten lassen. Können wir auch nochmal fragen. Wer sind also die Gäste, von denen Sie reden? Äh, Sie natürlich. Ach, stimmt, ja. Sie und Maya. Und die kleine Pearl. Es wäre sehr unhöflich von mir gewesen, sie, äh, zu verschwinden, weil ich sie ja eingeladen hatte. Also ging ich zurück an meinen Platz, äh, kurz nachdem ich Matt im Gang gesehen hatte. Es ist wie Wasser aus einem Stein quetschen. Weiteres Angreifen bringt wohl nichts. Kannst du dich daran erinnern? Hatte Herr Powers an jenem Abend seinen Platz verlassen? Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern. Aber ich schon. Das war doch so. Oder auch nicht. Ist das so oder rätst du das gerade? Ich erinnere mich noch an die Eingangssequenz. Und ich erinnere mich auch, dass er mal kurz weggegangen ist. Wirklich. Das kann gut sein. Ich erinnere mich an mich. Ich meine schon. Nicht. Also ich kann weder sagen ja oder nein. Aber ich schätze mal. Maya war vor lauter Begeisterung derartig aufgeregt, dass ich nur auf sie achtete. Ich verstehe. Jedenfalls war er laut eigenen Angaben wohl nicht sehr lange fort. Ähm. Wir könnten ihm ja mal das Bild von den Pagen zeigen. Wäre jetzt mein einziger, mein einziger Ge... Das Bild vom Pagen zeigen. Naja, wir haben, wir haben ihn ja als Figur, glaube ich sogar. Dachte ich. Ähm. Aber ich glaube... Kannst du, kannst du mal einfach nochmal dieses Statement angreifen? Moment, Moment, Moment. Einfach nur angreifen. Zurück. Das hier? Moment mal. Müssen wir mehrfach angreifen? Genau. Zuerst, was meinen sie damit? Ich glaube nicht, dass ein ganz gütiger Pagen war. Warum nicht? Warum habe ich das jetzt wohl gedacht? Ja. Wer sollte ich das wissen? Hey, Sekunde mal. Das hat mir nämlich bereits mal nicht... Herr Powers, vor ein paar Minuten haben Sie doch gesagt... Als haben wir uns das nicht durchgelegt. Ähm, äh, wissen Sie, ich hatte so ein komisches Gefühl. Ey, da wäre ich aber gesessen beim Spielen. Ja, ja. Das ist, glaube ich, auch... Kann sein, dass es hier das erste Mal so ist. Du musst erst eins der späteren Sachen... Auch noch. Um dort Informationen zu kriegen. Also erst das vierte Statement und dann das dritte. Weil erst dann du die Information hast, die hier relevant ist. Das ist eigentlich echt nicht so gut. Aber... Weil du würdest halt... Du würdest dir ja denken, ey, ich hab das doch schon gepresst. Ich hab so hart gepresst. Naja, aber ich find's eigentlich ganz schön, dass du eine Information später kriegst, die dann rückt. Ja, ja, an und für sich schon, aber es wird halt... Also es müsste ein bisschen besser kommuniziert werden. Ja, ja, ja. Weil ich wäre jetzt überhaupt nicht so willkommen. Ja. Mir wäre jetzt auch die Information gerade nicht geläufig. Könnte es sein, dass bei Ihnen dabei dieses seltsame Gefühl ausgelöst wurde? Ah, ah, ja, das ist es. Wirklich gute Arbeit. Hm. Herr Entschwurf? Ja, ja, ja. Dieser Page, der war kein gewöhnlicher, oder? Vielleicht sollte uns der Zeuge das sagen. Nur gut. Wie ein random der Richter, das den Entschwurf fragt. Herr Powers, bitte vervollständigen Sie Ihre Aussage. Sie meinen, äh, das mit den Pages richtig? Ja. Matt gab dem Pages Trinkgeld. Ist das das Einzige, was mal kommt, ja, ne? Ja. Okay. Er gab dem Pages also Trinkgeld. Was ist daran so ungewöhnlich? Äh, nun, äh, sehen Sie, äh, Matt ist nicht so ein armer Geizhals wie ich. Ich versuche heraus, ich versuchte herauszufinden, wie viel es war, denn das Trinkgeld schockierte mich. Ja. Wie viel es war? Möglicherweise war es eine Bezahlung. Mhm. Aber dann passierte etwas noch weit überraschenderes. Der Page steckte das Trinkgeld in seine Tasche. Und dabei konnte ich das Gesicht des Pagen zum ersten Mal gut sehen. Da wurde ich zu Gapschuh. Ich war wirklich schockiert. Hm. Sie sind sich sehr nah. Ja. Geistig, also, ja. Ich fürchte, ich kann dem Ganzen nicht folgen. Es hört sich so an, als wäre Herr Powers bei diesem Ereignis zweimal überrascht gewesen. Die Frage ist nur, zu welchen der schockierenden Momente soll ich ihn befragen? Naja, es ist beides jetzt interessant. Aber ich würde ja Trinkgeld tatsächlich eher nehmen. Scheint das Relevantere zu sein. Beim Gesicht weißt du ja eigentlich, was es ist. Ja. Der Angeklagte ist ein Star. Er kann sich, er kann es sich leisten, großes Trinkgeld zu geben, nicht? Jede Zeile zielt. Äh, sicherlich. Aber ihm so viel zu geben, das war vielleicht ein wenig übertrieben, denke ich. Eine Million, äh, ein wenig übertrieben? Wie viel wollen Sie? Die Hälfte. Würden Sie das Gericht bitte darüber aufklären, wie viel der Angeklagte Ihrer Meinung nach dem Pagen gegeben haben soll? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich kann nicht mal anfangen zu schätzen. Und warum nicht? Er hat dem Pagen ein wirklich dickes Bündel Scheine gegeben. Ein Bündel Scheine? Ein Bündel? Wie Sie halt keinen Betrag nennen wollen. Äh, war, äh, nun, ja, wie interessant. Das war wirklich ein äußerst großzügiges Trinkgeld, oder? Ich will einfach nicht wissen, wie viel es ist. Ein sehr dückes Bündel Scheine, das ist wohl kaum ein Trinkgeld, euer Herren. Hm. Der Richter sieht langsam wirklich misstrauisch aus. Äh, Einspruch erheben oder abwarten? Ist egal. Dann warte ich mal ab. Es gibt nichts, wogegen ich wirklich Einspruch erheben könnte. Ich meine, wer kann schon bestreiten, dass ein Bündel Scheine seltsam ist? Hm, also, angenommen, dieses Bündel Scheine war kein Trinkgeld. Was war es denn dann? Bezahlung. Euer Herren. Bezahlung. Ist das nicht offensichtlich? Für den Mord an Herrn Kurida. Dann. Dann, dann, dann. Dann war der Page in der Zeuge. Dann, 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 dann. Ja, er war der Killer. Nicht der Killer. Nicht der Killer, der, der Killer. Der, 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 der Killer. Oder doch der Killer. Das jetzt immer langsam hier. Hey, Schöpf, das können Sie nicht mal beweisen, oder? Habe ich meine Behauptung jemals nicht unterstützen können, euer Herren? Flashback auf Teil 1. Nun. Ja. Hier habe ich die Karte, die Shelly the Killer am Tatort hinterließ. Das spricht sich nicht so richtig gut. Shelly the Killer? Nee, Shelly the Killer. Shelly ist halt weird. Ja. Die Killer finde ich ja voll gut. Die Killer ist super. Aber das heißt, die Muscheln. Muff. Die Mupfel. Vielleicht ist das im Japanischen einfach, sagt sich das schön. Möhren de Mupfel. War das jetzt japanisch, oder was war da der Versuch? Das war einfach nur ein schönes M zu finden für Mupfel. Statt Sören, Möhren. Möhren de Mupfel. Das ist die Person, die die Spezialteams der Polizei schon jahrelang verfolgen. Ja, du hast angefangen damit. Du musst auch mal mit solchen Momenten umgehen können, Tom. Ich gehe gerade damit um. Ja. Aber auf eine. Nicht sehr vorbildlich. Ja, Tom, weißt du, Tom. Du frisst das alles in dich rein und irgendwann macht dich das dann zum Killer. Ich bin mir sicher, dass die Person, die der Zeuge sah, dieser Shelly the Killer war. Wirklich? Ist etwas, Herr Powers? Nein, nichts. In meinem Kopf hat es nur gerade Klick gemacht. Oho. Ich habe diesen Pagen später an dem Abend noch einmal gesehen, wie er mit einer Waffe auf jemanden geschossen hat. Was? Oh, ich glaube, Powers hat so ein bisschen den Moment verpasst, wo man Dinge erzählen sollte. Ach, naja, noch geht's. Herr Powers, bitte sagen Sie aus. Berichten Sie uns, was Sie gesehen haben. Ja, natürlich, sofort. Jetzt in diesem Moment und... Los geht's. Das zweite Mal. Dieses Mal war ich im Gang, weil ich zur Toilette musste. Und da sah ich, wie der Page, den ich schon vorher gesehen hatte, aus dem Simba kam. Ich hoffe übrigens wirklich, dass Powers nicht irgendwie involviert ist, weil er immer so ein armer Stucker ist. Also, du meinst so unwissentlich? Ja, oder... Ja, nicht auch... Versehentlich. Egal wie. Ja. Ich möchte gerne, dass der aus dem Vorblatt, genauso wie Gamschuh, den nehmen sie einfach raus. Dem kann man nichts Böses, aber weißt du, fände ich schade. Natürlich, äh, meine ich mit Simba, Juan Corridas Simba. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, wirkte der Page irgendwie fehl am Platz. Ja, also musste der Mörder, musste er der Mörder gewesen sein, da bin ich mir sicher. Ich meine... Also... Schön, der letzte Teil, außer ich meine... Vielen Dank. Das ist alles, was wir im Augenblick brauchen. Hä? Aber also, ich bin noch nicht so ganz fertig, da ist noch mehr. Beweisen wir erstmal, dass der Page wirklich Herr de Killer war, als es schon her ist. Dann sehen wir weiter. Hm. Also der Page... Monsieur de Killer. Also der Page kam aus dem Zimmer des Opfers. Wenn dieser Page wirklich der Mörder war, dann denke ich, ist die Antwort offensichtlich. Das ist richtig, euer Herr. Jetzt bist du dran, uns zum Lachen zu bringen, in diesem lustigen Fall. Wir rufen nochmal den Clown an. Mit Toten und Selbstmord. Kennt ihr Pi? Ciao. Auflockerung präsentiert Ihnen heute das Zwischenprogramm dieser Clown. Das ist nicht zum Lachen. Mo hieß er. Mo. Mo der Clown. Das zweite Mal. So, ich glaube, wir greifen wieder alles an, wir wollen ja Zeit sparen. Groß oder klein? Wir wollen eigentlich genau nicht Zeit sparen. Ach nee, richtig, wir wollen... Wir wollen das verlängern. Aber was spart man dann, wenn man viel Zeit investiert? Hä? Naja, also wenn wir etwas sparen, kann man ja voll viel ausgeben. Und wenn wir... Also wir wollen keine Zeit sparen, wir wollen viel Zeit investieren. Du willst einfach wissen, genau, was das Gegenteil ist von Zeit sparen. Ja. Ja, Zeit investieren. Ja. Ne? Danke, Tom. Es ist warm. Und wie spät war es? Äh, nun, das weiß ich nicht mehr. Die Preisverleihung war so gegen 20 Uhr zu Ende, richtig? Äh, und ich ging bald danach zu Mets Zimmer. Und dann kam ich zurück. Und dann ging ich zur Toilette. Also denke ich, es war dann ungefähr 20 Uhr und 10 Minuten, oder? Sie sind wohl kein Mann der Details, Herr Powers. Ja, tut mir leid. Von dem Richter angemacht. Ich dachte, ich könnte Mets vielleicht abfangen und ihm gratulieren. So, und dann sage ich, wie der Page sich schon vorgeschlossen mit Zimmer kam. Sind Sie sicher, dass es derselbe Page war? Ja. Wieso sind Sie sich da so sicher? Alle Pagen tragen doch die gleiche Uniform. Naja. Aber, äh, sehen Sie, er hatte doch diese Naht im Gesicht. Wenn der Moment kommt, wo er das abzieht und darunter jemand anderes ist, dann raste ich aus. Und wenn es jemand ist, den wir kennen, gehe ich ab. Deshalb bin ich müßig, ja, dass es der Typ war, der mit mir redete. Hm. Also, aus welchem Zimmer kam der Page heraus? Natürlich meinte ich mit Zimmer, wo kann ich das Zimmer? Aus dem Zimmer des Opfers, hm? Ja. Das mit all den schönen Blumen und Teddybären. Das war wirklich hoher Zimmer. Bin ich sehr stolz drauf. Worte können nicht beschreiben, wie sehr ich jetzt geliefert bin. Ah. Fahren wir lieber mit der Aussage fort, nicht wahr? Jetzt, ja, wirkt er irgendwie fehl am Platz. Aber warum? Äh, was genau an ihm wirkte denn so fehl am Platz? Right, right, right. Was soll dieser schwachsinnige Grinsen? Vielleicht, weil ich nicht weiß, was für fatale Sachen er als nächstes sagt. Äh, ja, nun. Der Page kam mit leeren Händen heraus. Mit leeren Händen? Ja, leere, blutige Händen. War komisch. Da hab ich mir nix bei gedacht, aber... Naja. Äh, dieser Page war doch jemand vom Zimmer-Service, richtig? Aber er schrug weder einen Wagen, noch trug er ein Tablett. Tablett, Entschuldigung. Sie fänden das doch auch ein wenig seltsam, oder? Hm, äh, ich stimme zu, dass das ein wenig seltsam ist, Herr Powers. Aber ist das für einen Pagen wirklich so ungewöhnlich, mit leeren Händen dazustehen? Äh... Was soll ich Herrn Powers Aussage so weiterlaufen lassen? Oder? Nö. Wir wollen ihn doch nicht übers Ohr hauen. Müssen wir ihn übers Ohr hauen? Das Powers ist ein armer, unterbezahlter Schauspieler. Ja, wir machen doch nichts Schlimmes. Wir machen ja nichts Schlimmes, Papa! Ja, ja. Komm, der hat ein paar Jahre ins Gefängnis. Ist doch schon... Ach, Mann. Müssen wir wirklich... Also... Ich würde schon... Ach, Mann. Wenn ich übers Ohr hauen, das ist aber auch keine... Es ist weder seltsam noch ungewöhnlich, einen Pagen mit leeren Händen zu sehen. Jo, ist es schon! Nein, ist es nicht. Seid ihr beide fertig, euch wie Schulkinder aufzuführen? Pagen gehören zum Zimmerservice, sie sind nie mit leeren Händen zu sehen. Euer Herrn, ich plantrage, die alte Zeugenaufsage durch die neue zu ersetzen. Ja, Edgeworth. Wirst du alles Erdenkliche tun, um den Pagen verdächtig aussehen zu lassen? Nur weil er der tatsächliche Mörder ist und ich das weiß? Ich verstehe nur gut, das Gericht stimmt zu und nimmt den Antrag der Anklage an. Herr Bowers, würden Sie Ihre Aussage bitte ergänzen? Ja. Ich fand es seltsam, dass ein Pagen mit leeren Zimmern, äh, Helden noch aus dem Zimmer des Gastes kam. Ja, also musste er Mörder gewesen sein. Geht auch nochmal zurück. Ach, können wir nochmal, was war denn davor? Das hier ist ja jetzt ein neues Ding. Ja, das heißt, uns nochmal angreifen. Oh Gott, wir haben mit... Sie sagen also, es sei verdächtig, ihn mit leeren Händen zu sehen? Ja, wirklich verdächtig. Ich meine, als ich den Pagen das erste Mal sah. Drücke ein Tablett in einer Hand. Mit einer Flasche Saft und einem Glas darauf. Saft? Was für Saft war das denn? Das ist wichtig jetzt. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Tomatensaft war. Wenn wir irgendeinen Grund finden könnten, warum er mit den leeren Händen herauskam. Naja, weil er das Tablett drin abgestellt hat. Däh. Irgendein... Darf mir jetzt einen Beweis. Irgendeinen Beweis, dann kommen wir vorerst nochmal davon. Beweis, hm? Da muss ich wohl mal wieder in der Gerichtsakte wühlen. Da muss ich wohl mal wieder nach Beweisen suchen, Ladida. Ähm. Also können wir hier jetzt was präsentieren. Naja, wir können das Foto des Tatorts zeigen. Weil da war das ja zu sehen. Können wir hier prüfen oder können wir schon präsentieren? Ich bin mir gerade unsicher. Ich möchte nicht verlieren. Äh, na prüfen ist ja mit A, X ist präsentiert. Ja, so. Da sehen wir ja, ist der Saft. Ja. Aber das Tablett dort ist auch da. Also können wir das ja präsentieren. Ich weiß, ich möchte das Spiel das oder lässt es das Spiel zu. Erlaubt es dies. Ich bin der Meinung, das müsste eigentlich gelten. In meiner komplette Lösung steht was anderes, was aber genau das gleiche aussagen wird. Aber es funktioniert. Sehr gut. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Endlich mal gutes Spiel. Herr Powers. Äh. Ja. Sie lassen sich leicht von den Worten anderer beeinflussen. Nicht wahr? Ja, ich lass mich vielleicht. Äh. Als sie gehört haben, dass der Page der Mörder gewesen sein könnte, gingen sie davon aus, dass es wahr sein müsste. Aber, 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 ist er denn nicht verdächtig? Diese lange Nachtstiche? Ach so. Diese lange Nahtstiche. Und, äh, und. Es ist wirklich warm und auch schon spät. Und? Ein Baseball hat auch eine Naht. Das beste Argument. Äh. Na und? Eine Wärmflasche lebt auch nicht? Behaupten Sie etwa, alle Baseballbälle seien deswegen verdächtig? Äh. Äh. Nun, äh. Scheiße, da hat er mich. Ja, das ist noch etwas. Also ich meine, äh, was ist mit den leeren Händen? Na und? Pinguine haben auch keine damit. Ich bitte das Gericht, einen Blick hier rauf zu werfen. Ja. Äh, das ist der Tatort. Da steht ein Glas neben Herr Corridas Leiche. Das hätte man auch zeigen können. Man kann das Glas zeigen. Die Flüssigkeit in diesem Glas ist Tomatensaft. Und nun, achten Sie bitte darauf, was auf dem Tisch in der Ecke rechts unten steht. Er balzt das auch wirklich gerade sehr aus, ne? Fotos wurden übrigens erfunden damals. Jeder kann eindeutig sehen, dass es ein Tablett mit einer Flasche Tomatensaft ist. Der Pager hatte das gerade in Herrn Corridas Zimmer gebracht. Er ließ das Tablett im Zimmer und deshalb ging er mit leeren Händen wieder raus. Oh, aber das würde bedeuten, der Pager hatte im Zimmer eine Leiche gesehen und liegen lassen. Ah, aber können Sie beweisen, dass Herr Corridas zu dem Zeitpunkt schon tot war? Äh, Herr Droth? Ja? Äh, Sie sind schuld daran, dass ich jetzt in diesem Schlamassel stecke. Ah, 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 das tut mir furchtbar leid. Was ist das los mit ihm? Warum lacht er? Zeuge, gibt es da nicht noch etwas, was Sie uns mitteilen wollen? Er war ja nicht fertig mit seiner Zeugeraussage. Äh, gibt es was? Das ist schon einiges Scum-Schub mit Perucke. Sind wir doch mal ehrlich. Der Pager kam mit leeren Händen heraus. Oder sollte ich sagen mit leeren Händen? Sie hatten doch was Interessantes über seine Hände zu sagen. Es könnte aber der Tomatensaft sein, Tom. Es könnte der Tomatensaft sein. Äh, ach so, ja, hätte ich was vergessen. Hä? Was? Die, dieser Page, er trug Handschuhe. Handschuhe? Ja, tiefschwarze Lederhandschuhe. Okay, das ist, all die anderen Pagen tragen keine solche Handschuhe, nicht wahr? Schwarze Lederhandschuhe. Warum haben Sie uns das nicht schon früher gesagt? Äh, du, du, überleid vergessen. Ach, Mann. Das lässt den Pagen wirklich verdächtig aussehen. Gut, Konzentration. Jetzt nicht nachlässig werden. Ich bringe nochmal diesen Ballvergleich, der war gut. Tief, du, hier hat man, was für Bälle haben noch Nähte? Was ist schon dabei, wenn er Handschuhe trug? Viele Pagen tragen Handschuhe. Ich kenne ja Pi. Ich trage auch manchmal Handschuhe. Kommen Sie schon, Herr Wright, dieser Page trug welche aus schwarzem Leder. Jetzt fängt es jetzt Power an. Und ein Fußball ist auch aus Leder. Wow. Durchschaubar, aber trotzdem gut. Das ist einfach gut. Ja. Ja. Glauben Sie etwa, alle Fußballer sind verdächtig, nur weil sie aus Leder sind? Na, der Weg war ja mein. Äh. Aber dieser Mann, er bekam ein großes Bündel Scheide vom Angeklagten. Und dann wurde er gesehen, wie er am Tatort mit schwarzen Lederhandschuhen verließ. Selbst ich, und ich bin wirklich nicht der Schlauste hier auf der Kerze am Leuchten tun sein. Selbst ich kann nicht länger glauben, dass er ein ganz gewöhnlicher Page war. Fußballer sind auch Leder. Es sieht so aus, als wären wir endlich zu einem Einvernehmen gekommen. Also dann, Zeuge, fahren Sie bitte mit dem Rest Ihrer Aussage fort. Dem Rest? Oh ja, bitte erzählen Sie uns mehr. Okay. Oh je. Oh je. Das zweite Treffen. Wie viele Ballvergleiche kommen noch? Schreibt uns in die Kommentare. Ja bitte, ich will mehr. Äh. Nachdem der Page Ruhe ans Zimmer verlassen hatte, klopfte er an Metzzimmertür einfach so. Ergab der Person im Zimmer irgendetwas. Äh. Dann ging der Alte einfach ohne das Zimmer überhaupt betreten zu haben. Danach ging ich zur Toilette und dann zurück an meinen Platz. Oh. Ja. Also ging der Page nach dem Verlassen des Tatorts zum Zimmer des Eingeklagen. Ja. Dann habe ich alles nur zufällig gesehen. So ein Zufall. Ich würde sagen, du hast zu viel gesehen. Und alles wirklich höchstverdächtig. Ich denke, wir können jetzt mit Sicherheit diesen Page als nicht normal bezeichnen. Also gut, fangen wir an. Ja, Herr Wright, ihr Kreuzfeuer, bitte. Ja. Oh ja. Machen wir weiter? Ja, war. Das kann man noch ein bisschen. Ja, das kann man noch ein bisschen. Ja, okay. Okay, gut. Manche Folgen dürfen ja auch ein bisschen länger sein. Ja, ja. Geht's ja auch um Wahrheit, die wir versuchen zu vertuschen. Muss man auch mal sagen. Also wir versuchen gerade hart und so. Aber aus gutem Grund. Nachdem der Page auf uns klopft, er einfach so. Das machen Pagen so. Ist es das, was sie gesehen haben, als sie fleißig spionierten? Wow. Wow. Jetzt wird er richtig. Wow. Alles harmonisiert. Wir haben am Ende den Happy Header, aber Paul ist trotzdem gehängt. Wow. Ja, wie bitte? Ich mag zwar ein armer, unterbezahlender Existar sein. Aber selbst ich würde nicht spionieren. Nun, wichtig ist eigentlich nur, was sie... Von wo aus zieht das alles? Wo war das Hammer-Bauers? Das ist wirklich... Oh, ähm, heimlich vor der Toilettentür aus mit einem linken Auge wie ein Spion. Und, äh... Ich wusste doch, dass er spioniert hat. Das ist aber super. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Dieser große Typ. Vorher auch zu sagen, wir haben sie spioniert. Ja, wie ein Spion. Bitte. Ist das nicht... Ist das wirklich wichtig, ob er es offen oder heimlich tat? Was tat der Page als nächstes? Mehr möchte ich doch gar nicht wissen. Ergab der Person im Zimmer irgendetwas. Irgendetwas. Irgendetwas, oder? Ich sagte, Moment mal. Ähm, okay. Das ist besser. Ähm. Was soll das für eine Aussage sein? Ich bitte um mehr Ausführlichkeit und Details. Mann, wir sind wirklich ein Arsch gerade. Ja, ja. Wir sind quasi Edgy Boy. Wir müssen halt Zeit finden. Ähm, okay, äh. Ich sollte ihm besser nur eine Frage auf einmal stellen. Nichts tragen. Wow. Äh, wir fragen erst mal nach dem... Was ist weniger? Was ist weniger? Wir fragen erst mal nach der Person. Wer nahm dieses etwas vom Pagen entgegen? Wenn wir jetzt auch demnächst anfangen, einfach langsamer zu sprechen. Äh, das weiß ich nicht. Nur wird es angedutet. Ja, stimmt. Was meinen Sie damit? Äh, tut mir leid, aber ich konnte nur den Arm einer Person sehen. Nur den Arm. Dann sagen Sie also, dass Sie das Gesicht dieser Person nicht gesehen haben. Ja, also nein. Nun, äh, es war Herr Orgards Zimmer, richtig? Also hätte es nur Herr Orgards selbst sein können, würde ich sagen. Und dann, das Start-up-Barge danach. Oh, äh, also nachdem er der Person im Zimmer das Ding gegeben hatte, da ging der alte einfach, ohne das überhaupt betreten zu haben. So, jetzt können wir hier nochmal angreifen wahrscheinlich, ne? Ach, da ist das, er gab der Person im Zimmer irgendwas. Ja, man kann tatsächlich jetzt, weil du hattest ja mehr Reaktionen, ne? Ja, 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 verstehe. Ja, das ist das Gleiche. Ja, das ist das Gleiche. Ja, und jetzt können wir hier nach dem Etwas fragen. Er gab der Person Etwas. Ja. Wenn ich das wüsste, was es war, würde ich nicht ein Etwas, würde ich es nicht ein Etwas nennen, oder? Aber das bedeutet also, dass Etwas vom Tatort entwendet worden ist. Das wird ja dann der Brief gewesen sein. Nicht wahr? Na klar. Ich habe da ein gutes Gefühl. Liebe Freunde. Wissen Sie, hallo, oh Gott, haben wir doch, Peter hatten wir schon mal, ne? Nee, ich glaube nicht. Hallo Freunde. Echt, Berners. Der Peter. Euer Peter. Ich habe ihn umgebracht. Wissen Sie? Es gibt ja noch ein paar dieser Spiele. Wir haben noch ein paar Celebrities. Wissen Sie jetzt ganz sicher nicht mehr, Herr Powers? Ich glaube, es war etwas, was Kleines. Ich würde Ihre Aussage soweit gerne zusammenfassen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Nach dem Verlassen des Tatorts ging der Page unverzüglich zum Zimmer des Angeklagten. Dort gab er der Person im Zimmer einen kleinen Gegenstand. Von der Person, die den Gegenstand entgegen nahm, sahen sie nur den Arm. Oh, das war aber fast schon ein Double-Time. Ja, ganz genau so war das. Hedgeworth. Ist das alles wirklich wichtig? Also, natürlich, Herr Herren. Ich denke, das ist von größter Wichtigkeit. Da wurde das, was vom Tatort entwendet wurde, dem Auftraggeber übergeben. Also, war er eigentlich der Auftragübergeber? Was? Ja, also, der Mörder hat ja was übergeben. Und das war der Auftrag eigentlich, so ein bisschen auch. Also, wenn der Auftrag jetzt umbringen und übergeben, ist er der Auftragnehmerübergeber. Ah, ist schwierig. Ich glaube, da kommen wir jetzt nicht so richtig phonetisch auf was Schönes. Aber es ist jetzt eine lange Folge auch, schon. Die wollen wir nicht weiter strecken. Ja, ein bisschen weiter können wir noch machen. Na gut, okay. So wie Phoenix Wright strecken wir jetzt auch unsere Folge in die Länge. Herr Powers, bitte versuchen Sie sich zu erinnern, was der Page überreichte. Hm. Ja, nun mal sehen. Ich denke, es war... Nee. Wenn Sie sich erinnern, fügen Sie es bitte Ihrer Aussage zu. Äh, ja, ja, verstanden. So. Wenn ich es wieder sehe, kann ich genau sagen. Aber es war wohl eine Art Holzstatuette. Hm. Welche könnte das nur gewesen sein? Hm. Wenn wir die jetzt angreifen, wir können... Ich meine, wir... Ja, wir sind ja ein... Hm. Wie sagt das mal? Eine Statuette? Ja, ich denke, es sah so aus wie eine. Wie ich das Ding sehen würde, dann könnte ich mich da alle erinnern. Verstehen Sie es? Dieser Prozess geht jetzt wohl weiter. Äh. Let's continue. Äh. Ich muss mir was einfallen lassen wegen der Statuette und ihm was zeigen. Du musst dieses Mal deinem Instinkt folgen und es einfach versuchen, Phoenix. Nun, Herr Powers, fahren wir mit Ihrer Aussage fort. Was hat der Part danach getan? Wie geht's eigentlich deiner Stimme, Mats? Oh, auch gut eigentlich noch, wenn der Nani noch Gamschu kommt. Ähm. Wir präsentieren ihm das mal, oder? Ja, na ja. Also. Hallo. Und zwar ganz nach rechts. Noch ein... Einmal nach links drücken. Ich weiß. Aber wir sind hier im Geiste. Wir sind voll drin. Was sollte dieses Bedeutungsschwangere... Diese Bedeutungsschwangere Pause? Wo kam dieser Einspruch her? Sag sie schon. Ähm. Das war ich. Oh, ja, ja. War aus Versehen. Was ist Phoenix? Ich habe das Gefühl, dass was Schlimmes passiert. Wenn ich es zeige. Herr Wright. Wenn Sie was zu sagen haben, dann schmucken Sie es aus. Geflüstert wird nicht. Äh. Ja. Oh, ja, ja. Okay, Phoenix. Tief durchatmen. Herr Powers. Das Etwas, das Sie sahen. War es dieser Gegenstand? Hoppla. Oh, hey. Das war es. Das ist das Etwas. Wow, Herr Wright. Sie haben es wirklich ausgefunden. Hm. Ich glaube, das haben wir in Matt on Guards Anwesen gefunden. Im Haus des Angeklagten. War da die Kamera drin? Nee. Wir hatten noch durchsucht und die war dem großen Bärchen. Genau. Was mit dem Ding ist, wissen wir noch nicht. Ne, ne, ne. Genau. Ach so, da wird der Dingsdring gewesen sein. Ne, gut. Okay. Was soll das bedeuten? Ganz einfach, euer Herr. Shelly, die Killer, ermordete Juan Cueda in seinem Zimmer. Und dann stahl er diesen Holzbären vom Tatort. Das bedeutet also, wenn der Bär in Herrn on Guards Anwesen gefunden wurde? Das versteht sich doch von selbst, Herr Herrn. Ja, Matt on Guards ist The Killers Auftraggeber. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ich sagte Ruhe. Herr Wright. Das ist eine bedauernswerte Wende der Dinge für Sie, ne? Ja. Tut mir leid. Tut mir leid, Mia. Äh, da bin ich. Nein, schon gut. Jetzt stirbt sie halt. Ja gut, was sollst du, nur meine Schwester. Deine Beurteilung war einwandfrei. Ich dachte mir schon, dass der Bär kommen würde. Sätze. Das ist fast so gut wie Rakete im Zeugenschatz, aber nicht ganz so gut. Das ist gut. Wenn nicht jetzt, dann ganz sicher später. Auch wenn du ihm nicht dem Gericht vorgelegt hättest, dann sicherlich Edgeworth. Ah, ich hatte fast vergessen, dass er auch darüber Bescheid wusste. Ja, nun. Hm. Ich denke, es ist eindeutig, dass dieser Prozess nicht fortgeführt werden muss. Das, das darf ich nicht zulassen. Ich muss was tun. Es muss etwas geben, das ich übersehen habe. Euer Herrn. Eine Minute, bitte. Äh, ja, Herr Wright. Es sind immer noch einige Punkte offen, die noch nicht vollständig geklärt sind. Was hast du noch vor? Aber, oh, nun, ja, also das geht natürlich nicht, ne? Gut, Herr Wright, welchen fragwürdigen Punkt würden Sie denn gerne weiterklären? So, lieber Chad, ihr dürft jetzt schreiben, welchen Punkt sollen wir wählen? Eins, zwei oder drei? Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr in der nächsten Folge. Das soll es hiermit gewesen sein. Wir sind jetzt fast eine Dreiviertelstunde dran. Jetzt reicht's aber auch mal. Gut, ich würde behaupten, dieser Prozess geht noch zumindest ein bisschen. Aber wie er weitergeht, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Mats, was glaubst du? Er geht weiter. Hervorragende Analyse. Ich möchte mich dem anschließen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.